Solidarität für die Ukraine, Solidarität für den Frieden. Die Kölner Dommusik singt für die Menschen im Kriegsgebiet und alle Geflüchteten. Am kommenden Freitag ab 20.30 Uhr laden alle vier Kölner Domchöre zum Benefizkonzert in den Kölner Dom ein. Der Mädchenchor, die Domkantorei, das Vokalensemble und der Kölner Domchor widmen das Konzert ukrainischen Kindern und ihren Familien. Gesungen wird nicht nur auf Deutsch oder Latein, sondern auch auf Ukrainisch. Begleitet wird das Konzert an der Orgel von Domorganist Prof. Winfried Bönig. DOMRADIO.DE überträgt das Konzert live im WebTV am Freitag ab 20.30 Uhr auf DOMRADIO.DE sowie den DOMRADIO.DE Kanälen auf YouTube und Facebook. Das Konzert für den Frieden live im Kölner Dom. Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Arbeit von Caritas International für die Leidtragenden des Krieges. Die betroffenen Menschen brauchen Ihre Hilfe. WDR 2022.DE Untertitelung des ZDF, 2020